Die Grundstück Gewinnsteuer kommt auf Sie zu, wenn Sie Ihre Liegenschaft verkaufen mit Gewinn. Der Gewinn wird versteuert. Der Steuersatz ist abhängig, wie lange Sie die Liegenschaft besessen haben. Je länger Sie die Liegenschaft bewohnt und besessen haben, desto kleiner ist der Steuersatz. Sie können die Steuer aber auch aufschieben, indem Sie eine Ersatzbeschaffung machen, d.h. Sie kaufen eine neue Liegenschaft. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein. Einerseits muss sie selbst genutzt sein und andererseits muss es innerhalb einer nützlichen Frist passieren.